Was ist denn nicht da? Hä? Schlüssel liegt bestimmt nicht unter der Fußmatte? Was ist denn da denn? Hä? Ich hab doch gesagt, dass er hier nicht liegt, du Mülltonne. Das Schlüssel steckt. Ach ja, natürlich. Herr Knöll? Herr Knöll? Das Interview! Was ist denn für ein Interview? Sie haben einen Vertrag unterstrieben, wir wollten heute ein Interview machen. Dann kriege ich aber auch Geld dafür. Na, aber sicher. Ja, dann geben Sie mal her erstmal. Ja, aber da fehlt noch was. Ah, ja. Sorry. Moment, kann ich mir erstmal kurz was anziehen? Ist kein Problem. Ja? Ist kein Problem. Gut, wunderbar. Kann man nicht mal einen Tag in Ruhe ein bisschen trinken? Ein, zwei Bier, ist das zu viel verlangt? Erste Frage an Sie. Wie sind Sie zu YouTube gekommen? Herr Knöll, man hört Sie nicht. Bitte benutzen Sie unser bereitgestelltes Mikrofon. Ah, also es war, ähm, ich muss ein bisschen in die Vergangenheit ausschweifen. Das war 1400, lass mich lügen, 73. Eine Frau begab sich in ein Krankenhaus, die da zu der Zeit noch gar nicht existierten und brachte einen wunderbaren, wunderhübschen Knöll zur Welt. Danke für die Antwort. Ich habe noch eine zweite Frage für Sie. Um auf ein Video von Ihnen zurückzukommen. Bei Greets Unrocket sprechen Sie von einem Auto. Welchen Motor hat dieses besagte Auto denn? Herr Knöll, benutzen Sie bitte unser Mikrofon. So, nochmal, also das wird mir jetzt hier viel zu persönlich. Ja, so haben wir den Vertrag nicht gesetzt. Ich möchte jetzt, dass Sie bitte dieses Etablissement verlassen. Es reicht mir jetzt. So, jetzt geht's.